Ja, das wird ja nochmal ein richtig schöner, sonniger Endspurt in diesem August. Wunderschönen guten Abend. Ich grüße Sie ganz herzlich heute zur Brisanzsendung. Ja, und wir blicken unbedingt gleich nach Italien. Es kommen traurige Zahlen und Bilder heute von dort und es werden immer mehr. Es ist nicht das erste Mal, dass in Italien die Erde bebt. Das Land ist erdbebengefährdet wie kaum ein anderes auf dem Kontinent. Was so eine Katastrophe, nicht weniger schlimm und auch nicht weniger überraschend macht. Denn vorbereitet war man auch diesmal nicht auf dieses Beben, das Mittelitalien getroffen hat. Und das tut sie seit Stunden. Aktuell sind es mindestens 73. Ja, solche kleinen Wunder gibt es auch und sie machen Hoffnung. Wir wollen noch ein wenig reden mit Ellen Trapsi. Sie steht für uns in Akumuli, in diesem zerstörten Erdbebengebiet, etwa 150 Kilometer nördlich von Rom entfernt. Und in Rom waren sie auch und sie haben ja vorhin erzählt, sie haben das Erdbeben dort selbst gespürt. Wie war dieser Moment? Ja, wahrscheinlich gar nicht so leicht, aber nicht nur für Schüler, auch für Lehrer gibt es strenge Regeln. Ja, manchmal, da glaubt man doch gern an Wunder und schön, dass es die auch in schweren Stunden manchmal gibt. So einen Moment haben jetzt die Eltern eines Babys erlebt bei einem Bootsunglück auf dem Meer. Ja, diese Sache, die hätte furchtbar dramatisch ausgehen können, ist sie aber zum Glück nicht. Und nun geht diese Geschichte um die ganze Welt. Ja, da sagen wir doch Danke Gerd und hoffen, dass er einen schönen sonnigen Bruder noch zu bieten hat danach. Wer weiß. Mit Bildern, die Autofans weinen lassen, geht es jetzt weiter bei uns. Warum die Fahrzeuge gebrannt haben, das wird jetzt untersucht. Ja, vielleicht ist es nach Navi gefahren, dann passieren solche Dinge. Man stellt sich diese Geschichte mal vor. Sie haben das alleinige Sorgerecht für Ihr leibliches Kind. Dann wird dieses Kind entführt ins Ausland. Und Sie wissen auch von wem, denn es ist der Vater des Kindes. Und das deutsche Recht, das ist auf Ihrer Seite. Aber der Vater lässt das Kind trotzdem nicht ausreißen. Und jetzt wird diese Sache ganz verrückt und verzwickt. Denn die leibliche Mutter hat nun eine Aufforderung bekommen, Unterhalt zu zahlen für dieses entführte Kind. Ja, so schwer diese Geschichte zu verstehen ist, zumal das Recht tatsächlich auf der Seite der Mutter ist. Man kann das Kind nicht einfach nach Deutschland holen, solange es der Vater nicht zulässt. Das noch dazu. Ja, Prinz William, das Meilenkonto von diesem Prinzen, das müsste man wirklich haben und die Kondition. Gestern Abend, da war er ja noch in Düsseldorf, hat dem Land Nordrhein-Westfalen zum Geburtstag zugelächelt und gewunken. Ja, und heute, da hatte er wieder nur noch Augen für seine Kate. Und beide haben nämlich heute die englische Stadt Luton besucht. Aber wir wollen ja noch mal erzählen, was denn eigentlich gestern noch so los war. Ja, Angela Merkel und Prinz William, das war ja schon mal ein ganz hübsches Bild da gestern Abend. Und die beiden schienen sich auch sehr gut zu verstehen. Und jetzt gibt es noch viel mehr. Ja, schienen ja alle ganz verzückt. Und das mit der Frisur, naja, das liegt in der Familie. Eine ganz traurige Nachricht gab es heute noch. Es ist bitter, dieses Jahr ist eines, in dem so viele gehen, die gefühlt immer da waren, nun auch Walter Scheel, der ehemalige Bundespräsident. Was wird man erinnern? Sicherlich, dass er der erste Bundespräsident war, der auch ein Popstar wurde. Als Walter Scheel für die Aktion Sorgenkind hoch auf dem gelben Wagen gesungen hat, das war 1974, da hat sich diese Platte damals 300.000 Mal tatsächlich verkauft, das war zu dieser Zeit unglaublich viel. Zuletzt gab es einen traurigen Familienstreit um Walter Scheel. Aber was in Erinnerung bleibt, ist, dass er eine große Bürgernähe hatte, eine gewisse Eleganz und Medienoffenheit in diesem Amt. Und das war zu dieser Zeit in Deutschland noch gar nicht so üblich. Dann haben wir noch ein lustiges Bild gefunden. Toni Gahn, die Ex von Leonardo DiCaprio, hat dieses Bild hier gepostet. Erinnern Sie sich noch, früher gab es Partnerlook als Zeichen, um zu zeigen, wir gehören zusammen so schön in Glitzeranzügen. Heute gibt es Partnerliegestütze. Und so sieht das Ganze aus. Viel Spaß beim Nachmachen. Entscheidend ist für den Pate unten über dem Klar. Wir haben Toni Gahn in ihrer Heimat Hamburg getroffen und da hat sie uns erzählt, wie ihr Leben nach Leo so läuft, was sie an Hamburg so mag und was es Neues gibt. Naja, wir wissen ja schon, wer bei den beiden die Arbeit machen darf. Bei den Liegestützen, da war sie ja diejenige oben. So, hier geht es jetzt weiter mit wer weiß denn sowas. Und heute gibt es ein Schüler-Spezial. Schüler aus Mölln treten an, Schüler aus Lübeck und raten dann um die Wette. Ganz viel Spaß dabei. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss.